Ich bin mit der Erwartung hergekommen, dass wir ein motiviertes Team 5 haben, das Visionen entwickelt und die so weit runter bricht, dass wir in den Umsetzungsprozess gehen können. Ja, wir haben toll gearbeitet, finde ich. Es hat sich gezeigt, dass wir super motivierte Leute haben, die über das Übliche hinausdenken und querdenken, die Spaß hatten. Ich habe keinen gehört, der gesagt hat, oh Gott, und so lange. Wir waren ja sogar noch in der Kneipe gestern Abend hinterher. Und ich glaube, es hat sich für alle gelohnt. Und so wie ich das bisher überblicke, gehen wir auch mit konkreten Ideen dann nach Hause. Ja, ihr seid tolle Teamer. Ihr habt das professionell gemacht, aber auch so mit einer großen Freude. Ihr verbreitet eine gute Atmosphäre als Person auch. Die Geschichte mit dem Kolumbus finde ich klasse, da immer so zwischendurch wieder ein kleines Stückchen vorgelesen zu kriegen, um dann auch zu verstehen, was wir hier machen. Ja, kann euch nur empfehlen. Also ich fand es richtig gut.